Was tun da? Das ist der Schnümpf. Was ist das hier? Ja, das? Das ist ein Schnümpf? Das ist aber nicht einfach nur ein Papier, das man rausreißen muss. Das, meine Damen und Herren, ist der Schnümpf. Also aus diesem Schnümpf, wenn man die so zusammenrollt, und ein bisschen anders zusammenrollt und dann vielleicht klebt, dann kann man wie hier, ich habe da mal was vorbereitet, schöne Sachen basteln, wo man auch eine Kugel und mutfalls schneiden wir die in so kleine Stück. Das ist ein paar Schnümpf, das ist ein Schnümpf. Sehr schön. Aşk. V. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020